Einige unserer Zuschauer haben uns geschrieben, dass Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke mit Videos aufhört. Wir haben in stundenlanger Recherche nachrecherchiert und können euch beruhigen. Christian Solmecke wird nicht mit Videos aufhören. Allerdings befindet er sich momentan in einem Skiurlaub, da sein Sohn von der Schule aus ebenfalls auf einem Kurztrip in einem Skigebiet ist. So möchte der Medienrechtsanwalt ein wenig abschalten und Zeit mit seiner Liebsten verbringen. Natürlich lässt er uns auch videotechnisch nicht im Stich. Unseren Recherchen zufolge lädt der Kanal nämlich weiter ganz normal Videos hoch, die er vor seinem Urlaub extra für uns vorproduziert hat. Allerdings kann er dadurch momentan nicht auf brandaktuelle Themen eingehen. Was passiert? Schneller als der Newstime, besser als Mr. Trashpack.